Hallo, ich benutze seit einiger Zeit die Babytrage Together Softknit von Infantino und ich war schon beim Auspacken von dem Stoff und von dem Design total angetan. Der Stoff ist total weich und fühlt sich auch beim Tragen an wie ein Pullover. Ja, nichts drückt, nichts zwickt. Die Trage sitzt quasi wie eine zweite Haut. Besonders praktisch finde ich die Trage, gerade wenn man mit zwei Kindern unterwegs ist, kann man auch bei kalten Tagen die Jacke einfach anlassen. Die Trage trägt man drunter und ich konnte immer dann quasi nach Belieben in die Trage reinsetzen oder wieder rausholen. Ich merke, dass das Tragen total angenehm ist, weil das Baby richtig dicht am Körper sitzt. Dadurch konnte ich auch viel mehr mit meiner älteren Tochter machen, was sie natürlich auch total begeistert hat. In solchen Situationen ist es natürlich immer schön, wenn man die kleine Maus tragen kann, weil man dann nicht immer die Karre dabei haben muss, sondern kann sie halt einfach reinpacken. Wenn sie vorher ein bisschen geweint hat, war sie dann halt auch dadurch, dass sie so dicht bei mir war, ließ sie sich super schnell beruhigen. Die Trage hat ein leicht vorgeformtes Design, also dass halt die Ergonomie des Babys gewahrt ist. Wie gesagt, ist durch diesen, durch diesen Überstoff nochmal dichter an einem dran. Was ich außerdem halt total super finde, an der Trage, wie gesagt, bei mir ist sie täglich im Einsatz, ist, die ist so klein zusammenzukriegen, dass ich sie sogar in meine Handtasche kriege. Die ist halt eben, da ist quasi dadurch, dass der Stoff so dünn ist und so leicht, kann man sie ganz klein zusammenknülen und dadurch nimmt sie halt eben auch nicht viel Platz weg. Also wie gesagt, die passt in meine kleine Handtasche rein und ist allein deshalb schon total handlich. Also das finde ich super wichtig. Ich nutze sie sehr gerne und meine Tochter fühlt sich wohl und das ist das Wichtigste.